Nach der ganzen Theorie der letzten Wochen gibt es heute mal ganz praxisnah ein Patientenbeispiel. Mein Name ist Steffen Stump und ich bin Chiropraktor in Braunschweig mit eigener Praxis. Vor ca. vier Wochen kam ein 13-jähriger Fußballspieler mit seinen Eltern zu mir in die Behandlung und sie berichteten, dass der Junge beim Fußballspielen im rechten Knie Schmerzen hätte. Da er rechts Fuß ist, ist das natürlich besonders kontraproduktiv beim Fußballspielen. Im letzten Video habe ich die Beinlänge beschrieben, was die Faktoren sind, die in funktionelle Beinlängendifferenzen und strukturelle Beinlängendifferenzen mit einfließen. Einer der ersten Checks, die ich durchführe, ist natürlich erstmal die Symmetrie anzugucken. Der Junge stand vor mir und die rechte Beckenseite hing ca. 1,5 cm tiefer als die linke Beckenseite. Das heißt, da ist ja der Verdacht schon mal da, dass das rechte Bein auch in irgendeiner Form kürzer ist. Im Liegen allerdings reduzierte sich dieser Beinlänge unterschied auf ungefähr 5 mm. Im Liegen kann man sehr gut strukturell messen. Das heißt also, der Verdacht ist, dass das in Wirklichkeit nicht alles strukturell bedingt war, sondern dass eben auch ein gehöriger Anteil dieses Problems funktioneller Natur war. Jetzt haben wir die Muskulatur analysiert und getestet. Und siehe da, das rechte Bein war nicht in der Lage, die volle Kraft zu entwickeln. Das ist eine Schutzfunktion, die oft auf körperlich traumatische Erfahrungen zurückgeht. In der Historie wurde ersichtlich, dass der Junge mit 4 Jahren einmal das linke Handgelenk gebrochen hatte. Und gerade Knochenbrüche sind Faktoren, die dem Körper jahrelang die Bewegungsabläufe ändern. Nun waren 9 Jahre später und bis heute war der Bruch des linken Handgelenks Auslöser, dass der Körper unnot lief, denn der linke Arm und das rechte Bein sind bewegungstechnisch miteinander synchronisiert. Somit war der Bruch des linken Handgelenks von vor 9 Jahren ein ganz wesentlicher Faktor, weswegen er einen funktionellen Beinlängenunterschied im rechten Bein hatte, eine Beckenblockade rechts und auch nicht die volle Kraft im rechten Bein entwickeln konnte. Der Verdacht ist nun, da das Ganze 9 Jahre zurückliegt und er 9 Jahre mit dieser Fehlhaltung umgelaufen ist, 9 wichtige Jahre im Wachstum, dass das auch ein wesentlicher Faktor war, weswegen zu der heutigen Zeit das rechte Bein 5 mm anatomisch kürzer gewachsen war. Also ich hoffe, dieses Beispiel konnte mal zeigen, wie in der Praxis diese Zusammenhänge sind und auch gerade im Thema Beinlängendifferenz die Sachen zusammenhängen. Teilweise ist es auch eine Vermischung von strukturellen Problemen und einem funktionellen Problem. Wenn dir dieses Video gefallen hat, sei so gut, lass mir einen Daumen nach oben da, gerne auch meinen Kanal abonnieren und du kannst mir vor Fragen und Anregungen auch gerne einen Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.